wirft die karte auf, dann abziehen, bleib verursachen brauchen wir jetzt wirft die karte auf die karte auf das ist doch jetzt für die erste runde schon nicht schlecht gibt meinen verbündeten in dieser runde wenn er angreift stirbt die ich habe alles darüber gelesen nicht er greift nicht an doch wer greift an und haben wir ruhig einen schaden machen wir schwimmen in den strömen der magie also pro schlagzeichen zauber das richtig wird ein 1 1 trade hier bleibt ein gegner das ist schlecht so bitte schon wieder komplex das kriege ich auch das bringt mir nix so ist eine karte auf seine hand ab kann ich jetzt noch retten zwei schaden dürftet jetzt kommen ok war der erste schlaue move wie lange ist diese ich wollte gerade sagen wie lange ist der hier eigentlich auf der gegner so einfach mit allem an kann aber die spinne stirbt sterben bei komplett aufgeregt außer ihr überleben ein geschenk vom fluss volk hingelaufen die hier töten können ich habe meine befehle oh shit oh shit oh shit der ario die antwort ist hier irgendwo tauche ein ins unbekannte was alle also das hätte ich jetzt in der tat nicht äh ist die karten die karten also alle später ziehen sollen wenn ich mich da ist die karten die karten die karten das ist das nervt ein bisschen dass er nach jeder möglichkeit als schüler werde zu kriegen direkt angriff das heißt ich kann damit komplett ich mache gerne so gut wie alles ich noch nicht ganz was direkt angriff macht ihr schaden liegt auf jeden fall das habe ich jetzt nicht ganz gehofft ich wollte die auch noch ausspielen so alles so wir widersetzen uns glückstreffer jetzt geht die party los an mir kommt niemand vorbei er hat echt gute gute aufgeladen und betriebsbereit so dann darf das mal hier müssen wir uns mal gucken wie das funktioniert greift denn an ohne schaden zu richtig können die beiden hier gedreht werden ist klar die ja dein darius das muss jetzt dran glauben jetzt ist die frage konnte er die nicht dürfen oder wollte er die nicht dürfen die question keine furcht vor dem verborgenen fahr ich gehe deinen weg allein daraus wird jetzt eine stufe aufsteigen wenn er mich hier unter 10 bekommen was ist diesmal streng ich mich mehr noch so fertig erheben äh äh die beiden auf jeden fall weg die beiden würden töten muss es so machen dann ist auf jeden fall darius weg und jinx wenn jinx jetzt nicht angreifen kann die beiden